Was ist besser als die Berufs- und Fähigkeitsversicherung der Condor? Dreimal die Berufs- und Fähigkeitsversicherung der Condor. Denn unsere ausgezeichneten Leistungen gibt es jetzt zu besonders attraktiven Preisen. In der Basic-, Komfort- und der Premium-Variante. Das Berufsleben bietet heute so viele Möglichkeiten. Vielleicht macht man erstmal eine Ausbildung und lernt direkt, worauf es ankommt. Und verdient dazu sein eigenes Geld. Aber studieren macht auch Spaß und bietet noch ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel auf Lehramt. Dann kann man später selbst unterrichten und wird verbeamtet. Oder Festanstellung. Das heißt ja nicht, dass man bis zur Rente im selben Job bleibt. Vielleicht hat man später Kinder und wechselt dann auf Teilzeit. Oder man macht sich sogar nochmal selbstständig. Für all das braucht man eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die jede Änderung mitmacht. Einen Schutz, der sich dem Leben anpasst. Und diesen Rundumschutz gibt es so nur bei Condor. Die neue Berufs- und Fähigkeitsversicherung der Condor. Für eine bessere Work-Price-Balance.